Und gucken... Oh, da steht, dass ich leucht bin. Gute, gute. Gut, da steht, dass ich leucht bin. Yep, ich bin leucht. Ich würde sagen, wir schwitzen erst mal ein bisschen. Ja, herzlich willkommen zu diesem Stream. Für alle Leute, die jetzt neu dabei sind und so. Ich habe gerade einen Zuschauer bekommen, danke dafür. Bin ich wahrscheinlich selbst gewesen, aber naja. Ich bin ein bisschen Arena Solo. Und da zeige ich mir gut, der ist mega geil. Ich liebe diesen Tanz. Ja, ein bisschen traurig, dass ich erst die erste Woche abgeschlossen habe. Ähm, ich werde auf jeden Fall Battle Pass Stufe 100 erreichen. Ich werde unbedingt diesen... ...Skin haben. Ich liebe den. Wallah sogar. Und ja, ich bin momentan erst in Liga 2 oder Division 2, whatever. Ähm, wo auch schon sehr, sehr viele Schüler unterwegs sind. Also, so ist es jetzt nicht. Nicht. Und ja. La la la. So. Ah, erste Runde nach drei, vier Stunden oder so. Wie, Internet. Internet, ganz, ganz kacke. WLAN-Handy aus. So. Mh, wir gehen einfach mal Richtung Lonely. Und da ist das Internet auch schon direkt besser, Alter. Das war natürlich wieder so klar. Yay. Bebebebe. Ähm, ja. Für die Leute, die sich jetzt fragen, warum machst du Livestreams, aber keine Videos, verdammte Scheiße. Ähm. Lustige Frage. Aka, ich habe keine Antwort darauf. Ähm. Es ist halt so, dass Videos irgendwie anstrengender sind zu produzieren. Also, aufzunehmen, zu schneiden und bla bla bla. Und, äh, Livestreams kannst du einfach spontan irgendwie starten und dann guck dir irgendjemand zu. Und falls jetzt irgendwer zuguckt, wie in dem Lama-Galaxy-Spray, ähm, müsst ihr mich, äh, ah, falls ihr eine Playstation habt, müsst ihr mich adden. Einfach junge Anruf 901. Und dann schick ich euch mehrere Details darüber. So, erstmal eine gute Tech-Tickle gefunden. Meine gute Tech-Tickle ist immer geil. Ja. Oh, Mann, Alter. Ja, äh. Das ist nicht das Internet, das bin ich. Oh, Mann, es ist ja 22.25 Uhr. Kann ich schon so hart am Arsch sein? Okay, ich war sehr, sehr lange draußen, aber naja. Ist halt so dann, ne? Okay, die Waffen mag ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Jagdgewehr finde ich dann doch besser, auch wenn ich das Jagdgewehr auch nicht mag. Ähm, ja. Meine Lieblingswaffe ist generell Heavy Sniper, wenn es um Sniper geht. Was für eine Lieblingswaffe habe ich eigentlich? I don't know. Ich habe sehr, sehr viele Waffen, die ich gerne spiele. Zum Beispiel die Minigun. Manche Leute fragen sich jetzt so, warum denn die Minigun? Die ist doch voll schlecht. Die ist halt nicht schlecht. Die macht halt wenig Schaden, aber dafür schießt die verdammt schnell. Aber wenn man dann gut trifft, hat man verdammt damage. Ich bereue jetzt gerade, dass ich zwei Minis getrunken habe. Oh no, Leute. Wisst ihr, wie oft das schon passiert ist? Ungelogen 30 Mal. Egal, das war meine erste Runde nach... Es ist eigentlich relativ patentlich. Relativ. Aber naja. Ich kann jetzt gerade auf meinen eigenen Livestream zugreifen. So, wenn ich jetzt hier Hi schreibe. Hi. Eigentlich kann ich meinen eigenen Livestream zugreifen. Mhm. Ui. Dammit. Halber der Stufe 3. Danke dafür. Würde ich sagen, spiel ich den doch direkt mal. Äh, blau. Ja. Mhm. Spitze Hacker, I don't know. Backbling einfach mal kein, obwohl ich könnte diesen komischen Backbling hier nehmen. Sieht sogar eigentlich relativ stylisch aus. Was ist mal dir, Freunde? Brenner. Hab ich noch nicht benutzt? Hört sich geil an, also. Nehme ich mal. Ähm. Ich bin doch lieber normal Solo, weil Arena Solo ist mir ein bisschen zu hektisch. Hektisch. Eke ich gehe erstmal in den Kreativmodus. Und, äh, lol. Ähm, will ich jetzt noch live oder? Ja, ich bin doch live. Oh, ich hab ne Nachricht bekommen von die, von wen die wohl ist. Von mir selber. Hi. Ähm. Ja, ich muss wohl ganz kurz mein Controller anschließen. Mhm. Mhm. Ich würde halt am liebsten gerade gerne Musik hören. Geht aber leider nicht. Weil Spotify das nicht unterstützt. Weil Spotify das nicht unterstützt. Oder weil Playstations das nicht unterstützt, weil Spotify im Hintergrund läuft, wenn man Fortnite spielt. Oder sonst wie gespiele. Ist ein bisschen scheiße, ne? Aber, naja. Müsst ihr halt meine wunderschöne Stimme hören. Kann gar nicht glauben, dass ich jetzt schon Stufe 61 bin und immer noch 30 Tage Zeit habe. Und, ähm, ich hab mir sehr sehr viele Sachen bestellt. Und zwar mein Mauspad. Zehn Euro. Ähm, das ist, keine Ahnung, da ist so, da sind Länder drauf. Also, Deutschland, England und so weiter. Ähm, relativ cooles Mauspad. Ähm, ist ungefähr einen Meter lang. Pfff. Halben Meter hoch. Und, ja. Relativ cool. Und es funktioniert super. Mit der Draconia Black. Mhm. Hier hab ich gestern ein bisschen überarbeiten geübt. Ich hab jetzt noch kurz alles geleaden, damit ich ein bisschen bauen kann hier. Äh, äh. Ui, wie wunderschön. So. Ähm, warum hab ich jetzt kein Skin? Keine Ahnung. Okay, bauen wir einfach mal ein bisschen. Also, Dreier Rams. Äh, hab ich mich verbaut. Ja, Dreier Rams sind easy. Da wird Dreier Rams sind sehr, sehr schwierig. Aber ihr seht, sie geht relativ gut. Ähm, Nineteens. Das. Bug grad ein bisschen. Mussiert aber auch. Ich weiß, Nineteens macht noch eigentlich anders. Irgendwie kommt das anders. Aber naja. Äh, ja. Ich weiß nicht, was ich noch kann. Das kann ich zum Beispiel nicht. Will ich aber unbedingt können. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal beherrschen werde. Das Problem ist, dass er immer an komplett falschen Stellen baut. Zack. Er fällt viel zu schnell, Alter. Er fällt viel zu schnell. Ich kann das nicht. Ähm, machen wir das mal ganz kurz weg. So. Eingrufern. Mal gucken, ob ich das kann. Äh, okay. Ich mach mir mal ganz kurz hier eine kleine Strecke. Um zu zeigen, was ich so drücke kann. Ich denke, das reicht erstmal. Äh, diese Dreiecke gehen sehr sehr gut. Flutschen wie Buddha. Und ja. Relativ easy. Drücke editieren geht auch easy. Ach ja. Bin ein bisschen schlecht, Leute. Ich hoffe, das macht nichts. Äh, so. Bauen wir mal ein bisschen was auf hier. Ja. Okay. So, ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert. So, welche Spielstadtseh? Dürfte man alles machen können? Hoffentlich, glaube ich, denke ich. Hui! Oh ja, ich habe jetzt gar keine Waffen mehr. Aber ich kann bauen. Ja. So, ich bin jetzt sozusagen ein Kooper. Zack, zack. Zack, zack, zack. Warte, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Oh Gott. Zack, zack. Jupp, ich habe keine Waffen. Meine Insel. Spiel beenden. Ich brauche ganz kurze Waffen. Bei Ohno komme ich nicht weiter. Meine Insel. Bitte warten. Okay. Das ist halt komisch. Okay, sorry. Was habe ich getan? Ich habe alles kaputt gemacht. Oh, nee, funktioniert noch. Spieler Spawnpunkt, Spieler Wegpunkt, Weltgegenstands-Spawner. Die Menschen und Eventuatser. Äh, whatever. Waffe. Ähm. Ganz normale Shotgun. Wo ist denn der Shotgun, Mann? Jüngchen, 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 da. Zack, ausrüsten. Mehr braucht man eigentlich nicht. So. Wenn ich jetzt nicht gestartet, dürfte alles klar gehen, dass ich eine Waffe bekomme. So. So. mh Oh, jetzt hol ich mir mal ganz kurz Highground. Ach, Leute. Wenn man gerade durch das besser. Ich spawne hier eigentlich. Nein, ich spawne anscheinend nicht. Das ist ein bisschen komisch. Puh, okay. Wie gesagt, Leute, ich mach mich erst mal nur warm. Weil ich will auch ein bisschen schwitzen und so. Und schwitzen funktioniert nicht, wenn man nicht aufgehärmt ist. Und weil ich gerade ziemlich scheiße bin, weil ich echt lange nicht gerade nicht gespielt habe. Okay, vier Stunden ist jetzt nicht ein bisschen übertrieben. Aber na ja. Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich kann mich jetzt eh reinkacken, also von daher... Scheiße. So. Ich nehme mal etwa Solo. Das ist jetzt doch ein bisschen leise. Ja. So, jetzt habe ich Peza. So. 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 So.